im westen einfahrzeuge ja ein truck kommt unten über die brücke im südwesten und im nordwest und direkt im westen an der flussseite haben wir einen btr oder gerade fährt kommt direkt der truck auf und zu doch ich war beschossen der ist wieder zurückgerollt btr kommt jetzt über die brücke wir bräuchten nicht mal auf der anderen seite auf dem weg da kommt ein panzer hat schlecht und sei wie at braucht es hier irgendwas noch wir haben hier einen feind btr im 7 haut jetzt in süd und abkragen sorry sorry ich will nur nicht dass da das fahrzeug reinkommen kann ich komm gleich ich komm gleich okay alles gut alles gut fahrzeug 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 Ach, das hier, hinten, äh, Norden, 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 Norden. Enemy close, North. Left side one more. Granate, Granate. Medik in der Nähe? Ja, hier irgendwo. Ja, einen hab ich downed, komm, noch einer? Aber der ist direkt an der Brücke. Danke dir. Irgendwann hab ich schreien gehört, haben wir einen gekriegt. Ja, kann sein, dass ich die geholt hab. Aber die darf, hinter der Mauer darf es nicht sagen. Keine Frage, Dr. Oetker ist da. Gibt's vielleicht noch ne Schokopizza auf meiner? Ja. Was machst'n du um die Uhrzeit noch am PC? Lars! Der kommt doch immer so spät. Ich bin grad heimgekommen. Der kommt doch immer so spät. Lars so dann immer so mitten hier, zwei Uhr nachts oder so in der Woche taucht der Lars. Na, Jungs! Socken! Datentüten, straff! Ah ja, ich hab mir gedacht, ich guck mal vorbei, wer alles noch so da ist. Ja. Nur die Kranken. Okay, Leute, wir gehen weiter. Geht ihr mit? Oh, da war noch einer frei, geil. Wortlied, ich bin ein Herr Puppe. Völge dir. So. Links von unserem Fahrzeug. Ähm. Nö. Nee, stimmt nicht. Der ist ein 30er. Ich glaube gleich hinüber ist. Flash. Squad 2, are you capping Akim? Squad 2, caps Akim? Herzlichen mich bitte. Hm. Reisegar fährt jetzt rüber im Fluss, ähm, Nordwest. Ah, süß. Einen Blick. In Radiotower. Möchtest du mitkommen, oder? Gefällt es dir dort, wo du bist? Ah, ich komm. Wundervoll, danke. Ah, ich komm. Hey, du bist bis frei. So, zippe. Nein, nein, ohne Österreicher. Zum Teufel nein. Nein, um Gottes Willen. Das ist so schlimm bei dir. Aber wir dulden die Österreicher. Wir dulden sie. Jetzt wieder da mitkommen. Also, dann müssen wir die Österreicher. Oder die Österreicher dulden euch. Wie? Ist ja ein Problem mit Österreicher, oder? Bitte was? Wie lange, wie lange, wie lange wollt ihr hier noch drin bleiben? Ja, wir haben einen Beute Österreicher im Clan, von daher passt es. Beute Österreicher? Wir haben ein bisschen mehr. Ja, da kam es hier, oder? Was? Ja, ne, zwei haben wir sogar. Wir müssen ja auch den Anschluss vorbereiten. Ja, passt es ja. Der ein oder andere Schweizer ist auch dabei. Ich bin's nicht. Gott sei Dank. Grüezi. Das hört man auch nicht, dass du kein Schweizer bist. Na, das ist nicht. Leute, wisst ihr was? Leute, wisst ihr wie der Tiroler Banane ausspricht? Was soll ich sagen? Banane? Ihr müsst jetzt alle lachen, das ist das Gott. Ihr müsst jetzt alle lachen. Ja. Ja. Wär nicht lachtig. Gute Arbeit, wenn da der Chef mir mit erzählt. Das sieht man schon. Eieiei, machs gut Sibirien. Sibirien, da dauert es lang bis das ankommt. Anchein schon, ja. Ja. Gehen wir jetzt auf Akim oder auf Sibirien? Ich weiß selber nicht Sibirien auch. Ich weiß selber nicht Sibirien auch. Der Ova ist aber jetzt ja mit uns zu erzählen. Er kann sich gar nicht konzentrieren. Nee, die gehen bei Akim drauf. Also, wir haben keinen Medic mehr und gar nichts. Okay. Ja, dann, äh, Freaky. Ich find, wir sollen die Flasche entschalten lassen. Boah, da irgendwo was. Kann ich vielleicht auch mal eine einstecken. Okay, wir gehen drüber nach Akim. Das Video ist ja sehr positiv, ne? Ja. Was meinst du? Das neue Video. Das neue Video auf GameStar ist eigentlich sehr schön, find ich, ja. Ja. Ich find's nur so großartig, dass wir jetzt die ganzen Kokororis dabei haben. Ja. Na ja, aber du musst es mal so sehen. Die arbeiten sich ins Spiel ein. Die anderen, die hören halt auch irgendwann wieder auf. Oh. Und dann bleibt das Spiel halt auch länger im Leben. Ich will auch nicht wissen, wo ich angefangen habe. Mit Gott, was da so erfahrene Leute von mir gedacht haben. Und ehrlich. Seht so. Ja. Ich will heute noch mal wissen, was erfahren Leute momentan von mir denken. Sagen wir dir auch nicht. Sagen wir dir auch nicht. Ne. Danke. Da bin ich euch sehr verbunden. Schlimme Sache. Jetzt haben wir ja versichtbar eins. Wir wollen dir ja den Spaß am Spiel nicht nehmen. Ja. Das finde ich auch jetzt. Glas? Ja. 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 Tut mir das wie ein Panze wie der sich anhört man. Ja. Na. Wie so ein voll auffrisierter Civic ey. So ein richtig schöner. Oder so ein TRX so voll. Kann man zumindest so. TRX ist mir aber uff ey. Klar. Schön mit Antaugmotor. 800 PS. Ja Anantaugmotor. Turbine meint's du? Ne klein. Ne klein. Ne klein. den platzt jetzt in akim das fände ich aber echt geil mine buff also geht nicht aber herrlich hat mich dass wir auf der karte nicht mit teorien arbeiten also gar keiner wozu denn bewegt sich ja nichts 38 was nur das reicht doch 30 80 messer bei hofer die antenne hinten funktioniert noch nicht so richtig dann vor ihm direkt dran die musste dreimal messer das war wirklich peinlich wirklich wirklich peinlich ja muss ich auch sagen das war schrecklich ja man sich dann ganz pflegten lassen ich dachte an österreicher kling anders natürlich klinger mehr so wie hitler gestehen aber wir haben doch 39 gegner gegenspieler wo sind ja ich habe ich gesucht da hinten sind sie ich bin damit aber nicht alle hinrennen jetzt du meinst nordwest oder meinst du aus richtung nord in richtung aus zieht aus aber jetzt nicht alle hinrennen ich habe ein paar köpfchen gesehen mindestens sieben stück ich habe ein paar köpfchen gesehen hier fünf stück aui hier habe ich es für mich hier töten töten ich habe den einen auf der straße den boah da sind ja echt richtig viele in dem haus drin hier echt da ist das wieder hier im gebäude sind noch welche auf meiner position im gebäude und da noch wer liegt da drüben noch tot auch als gestorben peinlich so halt doch einfach mal dein schnützen dein schnützen einfach mich mal wieder hoch holen jetzt hier so hier ist einer tot ein war aus dem habe ich gekillt ah ja auch scheinbar namens sein btr steht genau hinter dem haus ja der ist unbesetzt alles klar sicher ja wer liegt da drüben noch im westen ich komme gleich warte kannst du mal rüber gehen den transporter abholen der schoss aus nordost waren zwei stück sind down und dann da schon offen sein ja schon antwort an die auf dem weg ein wer das wird die hände weg ne ach ich wo verlass mich durch wo willst du denn hin jetzt aber schnell punkte wo willst du denn hin da bin sonny hier unseren kollegen auf dem das ist das ist uns das ist nicht zu so leute wir gehen rüber zu dem truck wir werden uns da gleich zum nächsten bewegen in der feind jetzt wirklich mal das macht mich ein bisschen skeptisch ich glaube der baut ne fort bei der russian main oh das kann sein dankeschön hinter der russian main ja das ist natürlich also ganz in der nordwestlichen ecke das ist ja mal ein koppelbild ja damit sie nicht gefunden haben ja na hallo medic 6 6 was ne ne hör an oh god der el scheiß ist in die luke wie bitte lass uns mal ruhig ja du kommst gerade erst aus der kneit Lars was willst du ja ich hör nicht schlecht es tut mir leid du sollst auch die zunge von den beiden frauen aus deinen ohren raus nehmen boah ekelhaft was 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 geil oh god oh god oh god hey das dreißiger da hinten oder was ja da haben wir dreißiger richtung südwesten ja oh jetzt bin ich ja schon da wir fahren schon ihr werdet kein problem haben nein werden wir nicht weil das dreißiger fahrt auf euch zu also genau grundsätzlich haben wir aber Matze aber wir haben keinen most getogen grundsätzlich haben wir Matze und dann hat der dreißiger problem bleiben hier es kommt wirklich auf mich ich muss sagen ich bereue es wirklich dass ich keinen trinken habe furchtbar eigentlich sind Österreicher heute wieder sie unterwegs gewesen heute oder wie soll man das verstehen äh ich bin Österreicher und das habe ich gerade selbst nicht verstanden das geht mir genau ich glaube unterwegs gewesen er hat gefragt ob heute Österreicher unterwegs waren glaube ich laufen oder so also wir in Thüringen sagen zumindest laufen dazu ja ist richtig Österreicher ist das keine ahnung wobei Sint und Roma mit unterwegs sind etwas anderes meinen oh Gott jetzt wird das wieder los jetzt wird das wieder los kann sie mit dem Lexikon auch ganz fest auf den Kopf schlagen Fahrzeug Fahrzeug da hinten war ich gerade der feierliche ja ja der BDR kommt ja gerade her äh warte mal kurz warte warte bleib mal tot mein Gott ist ziemlich am Arsch du bist ziemlich angeschlagen das heißt an dem Sonntag ist nicht mehr die Beste das heißt an dem Sonntag ist nicht mehr die Beste ich bin mal ein jetzt langsam irgendwie naja das hab ich naja das hab ich das wurde es ist drin nein 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 einschenk ja aber ich erlös hier hallo Bus alles durchschließen jetzt ist wieder heavy AT da jetzt sind wir wieder hinterher zu sein so ist es da steht leck mich am Arsch des des Schweiz oh Gott ist der fly oh Gott ist der voll der ist ja total voll der ist ja total voll ich hätte halt gerne noch im richtigen Sachse noch gerne im Clan das wäre nice ein Sack von na mein Fakt ist aus Sachsen anhalt ich werde verbrauchen echt da müssen wir es im Clan oder oder was immer auf Team Speed das war ganz ganz schlimm als ich die kennengelernt hab von mir das glaub ich ne ne da hat er ja nochmal gesprochen da wusste ich auch nicht genau wo sie herkommt weil die waren nicht ganz hoch ne hat sie verheimlicht dann hat die mich mal mit zu sich nach Hause und die Verwandtschaft war da ich hab kein Wort verstanden gell ich hab nichts verstanden und das war zu Thüringen gell ja ja dann hab ich gesagt ey Leute ganz ehrlich wenn ihr euch weiter so unterhaltet dann muss ich noch zwei Flaschen Whisky saufen damit ich da einigermaßen mitreden kann aber so wäre das nicht wobei die Thüringer haben ja auch guten Tier ne ja aber nicht so heftig halt also Sachsen stellenweise stellenweise wo na ja Ostthüringen ja gut ja die haben so ein bisschen die Sechtern ja auch ein bisschen ja wir Südthüringer eigentlich ja wenig jetzt bei Hakim noch rumrennen ich glaub ihr könnt verteidigen gehen beziehungsweise joggen nach Shipping Yard falls die Motivation da ist du hast aber auch einige Gebiete Südthüringen da bist du die sprechen schon komplett bayerisch eigentlich hast du auch was sprechen die so halb bayerisch also das du wie ein scheißdreck kacken na what das muss ich nicht übersetzen fisch oder beinig da ist jetzt gerade ausgestiegen ja das war das hier Benny war das da war der oh alter Fügel Fügel naja doch ein scheißer passiert wenn man sich nicht festhebt hin da draußen ja na ich glaub da muss man trinkt kacken hat er gesagt ne der Madic ist glaub ich ausgestiegen na der muss doch trinkt kacken hat er gesagt achso dann ist das so voll dass die Realität nicht so schwierig ne du hast jetzt gerade auf den Tropenlosterhahn lass es einfach laufen das ist in der Natur haha wo bist du da schon wieder? ja natürlich der one and only wo war denn das? wo er das auch vorgemacht hat wo er das auch vorgemacht hat wo er das auch vorgemacht hat ähm boah da hat er auch woanders weggespielt glaub ich und dann ist klar das Soundtrack von A-Team ja das ist ja das Wurchbare und dann voll reinfahren ja oder die anderen geäuse ist auch ok ich bin immer noch der Meinung dass nackte Kanonen am besten zu uns passen ja ich meine Fenispumpe oder aus den Powers aus den Powers hä ist da keine Munition in dem Tor? war vielleicht wahr und die hast du schon verschossen nein ach jetzt hör doch auf Matze rum zu lügen Mensch aber das ist echt nicht nötig es wird mir gar nicht nötig Ruhe Matze warum hast du denn so ein komisches Verhältnis zur Wahrheit? muss doch nichts sein Matze doch langweilig das ist komisches Verhältnis der mag sie einfach nur nicht ja oh ja unangenehm unangenehme Wahrheiten ähm es braucht sie regelmäßig auch noch also jetzt geht es aber los hier ich bin gerade der einzigste Medic gell? ich geh mal vor ja der andere ist in einer halben Stunde wieder da ja der ist und der läuft gerade wieder in unsere Richtung ja aber wenn die geht wieder mit den Plantagen wenn der will ey Sir Benny was ist denn mit dir? was ist jetzt? ja einfach nicht ne ich hab aber was für ein ja einfach mal F gedrückt wenn wir einfach unterm Fahnen für ein feind LKW feind LKW ja oder so ja oder Krautfrist oder irgendwas anders oder irgendwas anders haha seitens hin zu weg ist der Trophäe der ist ja voll durch der Tümpfing ja ja was ich irgendwie gerade enttäuschend finde feinde 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 südwestlich kommen jetzt reingelaufen im süden also was weiß feinde ich können darf ich es unter Beschuss nehmen? könnte ein einzelner gewesen sein ja es ist ein einzelner ja was das heißt ich komm ja ich will nur den äh scott animieren warte nach vorne ja also ich denke die attraktieren jetzt alle aktiven machen 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 und herkommen ganz komisch also ich wir haben aber wir haben ein netter Österreicher mit dem man sich echt prima leiden können ja ich glaube die sind alle jetzt vor akim weil da war ganz schön bewegung bewegung sogar ja also da waren mehrere sports vor akim feindliche sports der eine von uns der noch in akim ist wie hieß die lage dort tschüssi geht da was ab wir hören dich nicht tschüssi oh aber wenn da 39 leute sind dann ist das zurweilrand voll oder achten das ist noch ein mikro jetzt funktioniert es auf dem einer ok bestimmen ja er verliert die die flagge noch nicht ne wir halten die sieht gut aus ja super danke wo fang meine kommt weiter aus westen gelaufen einen hab ich ooooh na was heißt feind entschuldigung feind war ein zahl hofer ist doch völlig so eine rakete in der hose die man leihen könnte weißt du trotz ballern die gegangen ist halt ja noch ein feind oh fuck aua auch down warum kriegst du das her die oris was ich hab nicht geschossen ne servos ne vorsicht hofer rechts von dir und ey das ist doch eigentlich genug dass du vorhin schon drauf gegangen bist ist mir doch egal ich hab grad ein rallye weg geholt ist mir egal ist mir egal ist mir egal der ist gestorben ist mir egal du hast ein rallye weg geholt ne ich hab ein rallye weg geholt ja ich wills kurz sagen und jetzt haben wir erst wieder keine kleine ganz toll hofer das nennt echt jeden spaß das nennt echt so spaß hier wir legen uns einfach mit neuen leuten um den rallye drum herum so ja so ein abschaffstück von 15 metern genau der war raus ganz im westen komm und wieder oh da steht der btr wo kommen sie von dort wo ist denn ganz im westen ganz im westen ist auf im westen warte mal wie soll du das sagen auf der straße wenn du so ein shippingyard nach westen vorst kommst recht noch zu den straßen und dort in der biegung steht der btr auf der straße genau ist hier auf mich ja das ist ein feind aus westen mhm ja feind aus westen warte du müsstest den btr der theorie noch senken ja echt denn wovor ich geh mal ja jetzt ist jetzt ist es wovor schon wieder gestorben oh ich hab leider keine smoke mehr vorhand radio kommt mal zurück zu mir 43 sekunden kann mal erklären wie man am btr homecounter nicht nützt entschuldigung aber ich brauch jetzt zwei leute Richtung rallye hin ich will ein radio setzen boah ich hab noch vorm btr gekriegt ich hab noch vorm btr gekriegt wovor einsteigen konnte dieser wixer wiederhol richtung wo massiv ryard beim rallye wir sind die sind die der btr korrigiere mich wenn ich das falsch ausgesprochen hab bei btr sind noch weiter feinde aktiv die anderen radio wahrscheinlich in dem gebad jetzt sind alle down bei btr oder kann man da hoch das ist interessant ja hier nördlich ok btr ist nicht besetzt aber amazawenten springen willst in den nordwestern ist was da kommt bei her was kommt yo 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 ja du hast setzen können es ist los hier was close was habe ich ein scheiß glück in 30 der am fahrer uns gerade der am fahrer uns gerade im norden ich krieg ihn nicht und der infanterie ausklaut oder jetzt lädt aus absteht infanterie war nicht ich bin kein bt ich habe einen lkw ja nordwestern haben wir kontakt ich hab hier drei feinde ausgescheiden ich hab schon beim ersten mal verscheiden war aber lustig ich hab dich nicht aufgeben ich hab dich gleich noch hoch er hat es aber trotzdem gemacht top typ das muss man auch kotzen kameraden klaus bei mir ich aufgeben hab dich das war knapp das kotzen von verbluten boah das war richtig knapp ja ja schau mal hier hier noch die drei stacheldrehen mein held hallo jo hallo achtung süden auf einen kontakt haben gerade zwei verluste btr ist immer noch nördlich fährt jetzt in den osten da liegt direkt einer auf mir da wäre das was für dich oh ja süden alles brennt ja ja oh mein fucking god echt ja ja das brennt kann man sich auch nicht ausspielen da war erst heiß geführt nee das ist in einem westen habt ihr die fob da schon gefunden na warte mal 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 wenn man raus geht bei der fob wird nur beschossen von wo au richtung zudwesten gleich zudwesten ja wenn du keine ausdauer hast dass das raket dann schießt das warum der hat nen hit ich will du drückst ab und ziehst kurz davor hoch zwei sonst rein ich bin auch noch da las bleib mal da wo du bist ok ich geh noch in deckung da ist westlich von dir noch ein fahrzeug ja da ist es aber unbesetzt ich höre es doch grad schießen oder bist du das nene das ist ein anderes fahrzeug ja dann ist das lustig echt nicht weiter weg das andere das eine das was du meinst ist ganz nah Lars was hast du halt getrunken äh ne äpple war nicht nur ein glaub ich ja und bisschen checky cola achso ok und dann kannst du dich ja mit freaky zusammentun okay nix gegen apfelmost gell wirklich sein mit zeugnungen zusammen ä ä äpple ich höre jungen ich höre jungen wunderbare getränkser das ist schrägung was ist das los hier alle machen sich los über uns alkoholiker ja ähm hoch herrscherzsum rally setzen oder warum folgen ach folgen einfach folgen seid ihr auf der arme seite ja ne ja das ist ein amerikaner wenn sie will ich spüle gerade nachdem ich bin voll gegen die armee 30er kommt 30er kommt auf der hauptstraße unten ja ich seh'n der motor aus doch ich bin der wie geil ist aber ohne infanterie er schießt echt mit einem mg drauf noch ein btr hier auf meiner position nicht ob da jemand drin ist der steht schon die ganze zeit da hat weiß ich gerade ein hat da wird der mit rausfallen raus ja bullica 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 anabolica ja die stärkste frau der hat anabolica ihr kater der muskler wir haben links ein kontakt wir gehen an die beats auf zum kornfeld du kannst schon mal ja du kannst schon mal ein rallye setzen ja hier auf der straße am besten oder nein in irgendein busch da wartet die auf der straße ist aber kein busch der striker ja aber bei uns jetzt hier da rechts ach so lass ok gut lass ich geb mir mühe es genau so zu machen wie du es gerne hättest ok mir ist es egal du musst nur irgendwo stehen oh man oh man du kommst aus dem ding nicht mehr raus halt einfach nur die fresse da ist da ist da ist da ist bei mir auch vom herrenren gekommen bei mir 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 ja ich Ist der auch Gegner da hinten? Nee! Wir haben zwei! Das war total verstrahlt Noch einen! Lass uns wiederkommen Oh man kann nicht Erkennen vielleicht das Radio-Braser sonst nützt Der steht da Auf! Wo ist es mit der? Das muss man so weiter rennen Du musst hier verbreiten Und da steht Ja, da hat man was Hätte ich es nicht verkehren Hingehlt Zwischen euch und mir Richtung Ja, wie oberes MG sitzt, glaub ich, noch einer, ne? Ja, ja, wo ist das Messer grad raus Warte, 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 du hast mich den Messer nötig gefasst Weg! Die fatze Hofer du hast Kontakt nur auflegt Müssen wir mal ausgleichen Okay, schön Ich bin oben auf der Fop Herrlich, das sind so Glücksmomente Ja 31 Gegner Wett, 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 wett Wett, wett, wett Ehhh, Charlie Hier Bauen wir noch welche Hofer? Ja, Spawns! Ich bin oben auf der Fop Okay Ich hab gerade ihre Ammo Box mit meiner Galate gesprengt Oh, da kommt eine Kette, oder? Äh, wir kennen das wahrscheinlich Oder ist das unsere, die wegfährt Ich glaube, das ist unser unser Grott Warte, ich stelle mich Oh, ich bin oben Ich bin unten Ich hab keine Ahnung, woher Oh, close Also, sie haben ein Lokalisiert, ich glaube Ich hab leider keine Bandage mehr Ich hab keine Bandage mehr Ich hab keine Bandage mehr, sorry Oh, na, jetzt bin ich da Von wo war das? Irgendwo von der Seite Oh, fuck, ich verblute jetzt Ist das lustig? Die Chicks, ich dich Oh, er macht die Kills eines Lebens, ja Ach, ja Ah, ich bin verblutet Peinlich Das war im Süden, war das Im Süden sind Kein Dau-Sol Haben die aus Süden geschossen, ja? Ja, ja, na ja Ja, ja, sind hier auch Ah, die sind in dem Gebäude drinnen, alles klar Ähm Zerberus, nicht durchs Feld gehen Warum nicht? Weil du dann abge- also, du wirst getötet Achso, weil du dann ab- äh 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 Hey, die stehen in irgendeinem Gebäude drinnen, aber Hoferall drinnen ist Ja, wie du wirst, Herr Zerberus, du wirst dort abgetötet, du wirst aufpassen Abgetötet? Wie so ein dreckiges Wie so ein dreckiges Wie so ein dreckiges Bakterium Lass sagt mir, ich soll nicht durchs Feld laufen und was ich rechts nehme, wenn die Lass durchs Feld läuft Ähähähähähähäh Hab spawnen grad nix mehr Weil die die Schnauzer voll haben Die haben wahrscheinlich einen hohen Timer, oder? Nee, der springt einfach nicht Mit Hofer alleine nicht, nee Ah ok Die haben keine Bock mehr, ja Okay Nachdem der doch safe ist, können die mich ruhig aufheben Naja, ich bin kaum was gespawnt He's killing people inside the stone Witch stone Ja, ich nehme die Seite Okay Halt blech jetzt die stone Boah Trägt er auf meine Position An deinem Weinreben Mach schon nix, wenn der einfach eine Rakete auf dich schießt Oh, er bewegt sich Sag mal, ist das Fade hier so kahl? Ja, das ist so kahl Achso, okay Ich dachte schon, bei mir laden die Textur nicht Oh, warte Oh, warte Hier neben uns Also ich komme gleich zu dir Also ich versuch's Und er hat mich Ja, der war da im Tricks Fenster Warte Ja, der war da im Tricks Fenster Warte Warte Ja, du bist dann jetzt an der Bank gewesen Punktrotor vor den Hofer Du hast's aufgegeben Drei am Rally Oh Wo bist du denn? Ja, warte Ja Ja Ich werde da schon jetzt sterben Nö Okay, wundervoll Ist keiner Okay, komm Prinky, hier ist Radio Ja okay, ich muss mich verbinden Weil der Das runterfallen hat mir Zum Bluten Von wo nachschierst du mit einer? In der Hub In der Hub In der Hub sitzt einer drinnen und kniet Der Nö, die Hub ist leer Von wo? Das ist der BTR Nö, das war Einzelschuss Nö irgendwo, oder? Äh Hey, ist der BDR Ja, jetzt kann Hofer wenigstens an der Kelle setzen GONGs nicht aufgeben Geben Schwulo Oder der BDR Danke sehr Keiner nicht am Rallye spawnen Keiner spawnen am Rallye Drei spawnen am Rallye Ich spawn gleich setz einen neuen Rallye Moment Oh, ich hab Lust den Momo kurz zu machen Er ist am Rallye spawnen Haha Was, alle sollen am Rallye spawnen? Ja Zeig dir gleich, wir haben Rallye spawnen So schnell wie ich im Squad drin war So schnell bin ich wieder draußen, ne? Vom Clan ganz zu schweigen Nein, so schlimm sind wir nicht Wir sind schlimmer Wir müssen auch noch jemand rumgefallen im Westen Rauchen, ja Oh, die haben die Haken auch geschaffelt, glaub ich Nein Hey, super Runde, Männer Ja Ja, super Runde Danke, Sabine, danke Ja Ja, Freaky, sei mal nicht auf K Junge Geh auf Der ist nach drüben nach am Westen down Seiner von uns War das grad geil oben auf der Hand, die haben's nicht gecheckt Lässt du mich kurz raus? Ja Lässt du mich bitte kurz raus? Danke Danke Oh, kein Problem Ich will sie versuchen zu kommen Wir sind bei Anapolika Jo, die sind jetzt los im Feld Achtung, direkt voraus, los im Feld Cerberus, pass auf, links von dir auf dem Hügel Cerberus 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 Enemy is close Irgendwo Feindfahrzeug Ja Ja Das ist richtig, oder? Hier ist auch ne Freundkette So So Ja, ich hab keine Bandagen mehr, aber wenn die Kette kurz anhält Kann ich da ja munitionieren Ich kann auf Bandagen Warte, warte, ich muss... To... To Ammo, bitte Take Danke Kannst du da auf Munitionieren? Kein Problem Ja, ich hab auf Munitionier Auf Munitioniert Äh, der BTR fährt Auf 165 den Hang hier hoch BTR, BTR, BTR BTR BTR, BTR BTR, BTR BTR, Saarus Btr, Saarus Ja, der fährt grad So einmal rum Ich komm jetzt grad nicht mehr ran Er will sich vorher positionieren, oder? Ich dachte, der fährt hier hoch Wir haben schlappe 23.000 Enemy BTR behind you, behind you äh, warrior behind you, behind you, behind you BDR yeah, their direction, yeah 120, 120 degree 140, 140 we are behind the hill we are behind the hill, south BDR is down BDR, 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 BDR BDR